Hallo liebe Wanderfreunde, hier sind Marco und Sarah von Strauchs Wanderlust. Wir laden euch herzlich ein am 19.09.2021 zu einer Spendenwanderung zugunsten des Herzenssachenprojektes Mehr Kontakt zur Mutter Erde. Treffpunkt dieser Wanderung ist um 12 Uhr an der Ostertalhalle in Hangart. Dieses Projekt Mehr Kontakt zur Mutter Erde fördert Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen sowie Schulklassen. Die Kinder lernen spielerisch fördernd wieder den Umgang mit Mutter Erde. Wer mehr Informationen zu diesem Projekt haben will, der kann gerne bei Härtenssache unter diesem Projekt nachschauen. Wir werden dies in der Beschreibung verlinken unter dem Video. Guten Morgen! Sollte schöne, kleine, schmale Wege findet ihr überall hier. Diese kleinen Kerbteller, die ihr hier seht, prägen das Bild des Hangar der Bannes. Das hier ist der Kameradschaftsfeld. Er ist einer von dem Siedelpunkt und dieser Weg ist ein Ladenspiel. Hier befinden wir uns im Schönbachtal. Wir können hier ganz relaxed entlang des Schönbares laufen. Nach etwa 10 Kilometer sind wir hier an der Steinberghütte. Dort werden wir Rast machen und die Spendenkasse wird auch aufgestellt. Diesen grandiosen Blick könnt ihr dann auch mit uns gemeinsam genießen. ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.